In diesem Video der Brava Twindex Vario Baureihe 445 in Wechselstrom Das Problem der isolierten Achsen Wie hier zu sehen, flackert der Bahnübergang aufgrund der isolierten Achsen. Der Bahnübergang flackert, da die Achsen mit Metallbügel gelagert sind. Entsprechend flackert der Bahnübergang, wenn eine Achse im Bereich der Isolierung drin ist und die andere Achse außerhalb der Isolierung sich befindet. Dieses Problem kann auch problematisch sein für Rückmeldemodule oder Gleisstromkreise, da diese keine zuverlässigen Informationen mehr erhalten. Diese Probleme treten ausschließlich am Mittelwagen auf. Die Endwägen sind werkseitig nicht isoliert. Um dieses Problem zu beheben, muss am Mittelwagen jedes Drehgestell abgezogen werden. Am Drehgestell selbst ist eine Plastikbrücke. Diese Plastikbrücke behutsam entfernen. Nun wurden die Lötpunkte zur Stromabnahme offen gelegt. Die Lötpunkte sind mit einem Spitzenwerkzeug erstmal anzurauen, damit das Lötzinn überhaupt darauf Haftung finden kann. Nun einfach eine Kabelbrücke einlöten, die Plastikbrücke am Ende wieder anbringen. Das Drehgestell soll am besten mit der Schlingerdämpferkonsole nach innen aufgesteckt werden. Diesen Fehler hat sich Brava erlaubt und hat die Drehgestelle nahezu willkürlich aufgesteckt. Optional sollten die Sandkäste abgebaut werden, da das Original keine hat. Den Nachweis dazu findet ihr im Internet unter dbpza782 in der Suchfunktion eures Browsers. Nun sind die Achsen nicht mehr isoliert und der Bahnübergang funktioniert wieder ohne Probleme. Feedback zu dem Ganzen. Es ist absolut nicht schön, dass man an einem nagelneuen Modell löten muss, vor allem wenn der UVP-Preis für dieses Modell in der fünfteiligen Ausführung, wie ich ihn besitze, nahezu 950 Euro kostet. Dieser Mängel hätte werkseitig bereits behoben werden können. Zudem gibt es noch andere optische Mängel, die vorhin erwähnt wurden, z.B. das Anbringen von Sandkästen am Drehgestell, wo keine vorhanden sein sollen, genauso auch die Richtung der angesteckten Drehgestelle. Diese sind zwar nur rein optisch, man hätte diese Schritte allerdings sich auch sparen können. Vielen Dank fürs Einschalten, ich hoffe euch hat dieser Tipp geholfen, bis zum nächsten Video.